Hallo und herzlich willkommen, ich bin Ipanix und ich beruße euch zu Star Wars Jedi Fallen Order und wir machen jetzt weiter. In der letzten Folge ist ja unser Lichtschwert zerstört worden und ich bin gespannt wie es weitergeht. Nichts. Wie nichts. Das war irgendwie nach links, ne? Ich glaube, hier bin ich richtig. Ist es nicht nach Plan gelaufen? Ich hab dich ja gewarnt. Lass mich allein. Wie bitte? Allein lassen? Verloren? Und schutzlos in dieser gefährlichen Welt? Niemals. Okay, jetzt ist genug. Wer seid ihr wirklich? Taron Malikos. Ehemaliger Jedi. Genau wie du. Wir haben so viel gemeinsam. Das bezweifle ich. Oh. Wir haben die Auslöschung überlebt. Meine Truppen haben mich verraten. Ich war gezwungen, ihnen das Leben zu nehmen und dann bin ich geflohen. Zu diesem... ...einsamen Ort. Die Dunkelheit! Sie verschlang mich fast. Aber ich widerstand. Widerstand! Ihr seid der, dem die Brüder der Nacht folgen. Ja. Oh. Aber diese Wilden, sie respektieren allein die Stärke. Und wir wissen beide, die Macht ist eine enorm starke Verbündete. Nein. Nein, ihr nutzt die Macht nur eigennützig. Missbraucht sie. Das widerspricht im Prinzip ihr... Das sind dunkle Zeiten. Wenn wir nicht gemeinsam kämpfen, werden sie uns verzehren. Ich brauche eure Hilfe nicht. Dein kaputtes Lichtschwert sagt etwas anderes. Du hast da drin was gesehen. Oder nicht? Etwas Furchtbares. Es gibt viele solche Orte hier auf Datum. Komm in meine Familie. Dann lehre ich dich das alles, diese Kraft zu beherrschen. Vertraute Worte, Malikos. Schwester Meryn, du solltest lieber nicht zu weit gehen. Seit Jahren, sagt ihr, die Jedi hätten das Massaker an meinen Schwestern begangen. Jetzt steht einer vor uns. Und ihr wollt ihn in eure Familie aufnehmen. Damit wirst du leben müssen. Doch es fehlt dir an Stärke, kleine Hexe. Stärke. Ihr seid verrückt, Malikos. Datumir hat euch verwirrt. Und durch meine falsche Loyalität konntet ihr die Brüder der Nacht vom Weg abbringen. Anders als die Jedi legen Schwestern der Nacht von Datumir die Iren nicht rein. Unser Band währt ewig. Deine Schwestern sind tot! Ja. All ihre Gräber umgeben euch. Zeit zu gehen. Schönen, Solana, Dämi. Tello, Lioli, ei. Märische Göre. Über diese Kräfte hast du keine Kontrolle mehr. Ihr beide sollt wissen. Bekämpft ihr eine Schwester der Nacht von Datumir. Bekämpft ihr uns alle? Lauf. Die Verbrecher. Du bist hier nicht willkommen. Gut. Ich werde dich vernicht. Oh, shit. Oh, helfe. Was? Das lief nicht ganz so gut. Komm nicht weg. Ich will da oben hin. Oh, okay. Hat geklappt. Alter, sind die schnell. Meine Schwester der Nacht überlebte. Irgendwas an ihr ist vertraut. Oh, Gott. Lauf, 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 junge, lauf. Bring uns weg von hier. Was hast du getan? Auf meinem Schiff kriechen überall tote Hexen rum. Weg hier. Weg. 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 Was ist passiert? Hast du das Grab gefunden? Das Licht schwirrt deines Meisters. Ich sah ihn. Meisterte Paul nicht. Es war der Tag seines Todes. Ich sah, was ich tat. Kerl. Alles ist zerstört. Ich konnte ihn nicht retten. Kerl, du warst noch ein Kind. Kein. Ich hätte ihm helfen können, wenn ich nur auf ihn gehört hätte. Wenn ich stark und mutig gewesen wäre. Ich hätte ihm helfen können. Ich weiß es. Kerl, du sollst endlich wissen, was mir bei der Flucht vor dem Imperium passierte. Sie brachten Trillhans Zimmer. Als ich ihre Augen sah, wusste ich, es war meine Schuld. Sie war eine Inquisitorin. Und etwas in mir starb. Ich verlor völlig die Kontrolle. Ich tauchte ab in die dunkle Seite. Und tötete sie alle. Ich verschonte keinen einzigen. Nur sie ließ ich gehen. Viele Jahre konnte ich mir das selbst nicht verzeihen. Ich war ein Wrack. In mir war nichts als Zorn. Ich konnte ihn nicht unterdrücken. Es gab für mich keinen Ausweg. Und ich wollte nur noch sterben. Doch dann erfuhr ich von dem Holocron. Ein Hoffnungsschimmer, dass es eine Zukunft geben könnte, für die es sich weiterzumachen lohnt. Ich kann nicht rückgängig machen, was ich getan habe. Und du rettest auch nicht mehr deinen Meister. Es ist vorbei. Aber, Kerl, du musst auch wirklich weitermachen wollen. Und wie? Du wirst hiermit anfangen. Es ist deine Aufgabe, ein neues zu bauen. Du wirst hier Bye. Geil Welt Also, die Videorequenzen, die sind ja echt richtig krass. Carl, man wird dich prüfen. Ja, aber ich bin bereit. Ich meine nicht nur hier. Jeder Jedi begegnet der dunklen Seite. Und es ist leicht zu scheitern. Ihr kämpft immer noch mit der dunklen Seite. Auch nachdem ihr euch von der Macht gelöst habt. Wir werden immer kämpfen. Das ist die Prüfung. Die Wahl, weiter zu kämpfen, macht uns zu dem, was wir sind. Dann sollte ich jetzt rausfinden, wer ich bin. Okay, Illum ist schon mal echt krass. Ist natürlich sehr geil, dass wir hierhin kommen. Oh, das ist schon wieder so Verzweifelungsdingen hier. Ich hab's geschafft. Beim ersten Versuch. Die Zeit der Versammlung ist gekommen. Setzt euer Können klug ein. Wenn ich jetzt da runterhüpfe, startet ich dann auf der anderen Seite. Ich denke nicht. Scheiße. Ui. Alles klar. Das läuft. Gar nicht so scheiße. Das ist der Jedi-Tempel. Das ist eine Weile her. Aber ja, ich erinnere mich. Jeder Jedi kommt als Kind her. Also, kam hierher. Als es noch Jedi gab. Ich bin ganz klar. Das meinte er, okay. Der schlimmste Blizzard meines Lebens. Der Sturm, der Tempel. Alles scheint miteinander verbunden. Ah, okay. Ah, okay. Das ist kein Eingang. Okay. Nicht viel zu sehen, richtig? Wir sollten wieder runtergehen. Mein Gesicht wird taub. Okay, hier muss ich nochmal später hin. Ein großer Jedi meditierte hier. Er kehrte an wichtige Orte zurück und sinierte über seine Abenteuer und Prüfungen. Okay. Okay. Oh, hier. Aha, da, okay. 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 hier unten er war früher wunderschön die Wärme ist angenehm gute Arbeit alles klar ich würde aber sagen das war's für diese Folge und wir sind auf jeden Fall in der nächsten Folge und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo und vergesst die Kommentare nicht und ich sage bis zum nächsten Mal, bis dahin, tschau